Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal bei VinoLisa. Ich bin Fabian und ich bin Sabine und heute erzählen wir euch ein paar allgemeine Fakten zum Lambrusco und werden dann auch noch mit euch den Bocholo Lambrusco probieren. Lambrusco ist im Grunde ein perlender, fruchtiger Rotwein. Der wird perlend genannt, weil er Kohlensäure hat, aber wie viel Kohlensäure tatsächlich da drin ist, das hängt davon ab, was das für ein Lambrusco ist. Generell kann der aber auch trocken oder mit viel Restsüße vorhanden sein. Es gibt im Grunde drei Arten oder drei Möglichkeiten, wie ein Lambrusco sein kann. Entweder er ist ein Stillbein oder er ist ein Perlbein, also ein Frizzante. Oder die dritte Möglichkeit, er ist ein Schaumbein, das wäre ein Spumante. Falls ihr nicht wisst, was ein Spumante und ein Frizzante ist oder was der Unterschied zwischen den beiden ist, findet ihr in der Infobox ein Erklärungsvideo dazu. Da oder da. Irgendwo da oben. Da gibt es zwei Varianten. Bei der ersten Variante hat man im Grunde einen fertigen Grundwein. Dieser wird dann noch mit Traubenmustkonzentrat und Hefe versetzt, dann erneut gegärt und wenn man den gewünschten Restzuckergehalt hat, wird dieser mittels Kälteschock abgebrochen. Die zweite Möglichkeit ist die Herstellung von einem Qualitätslambrusco. Da ist es etwas anders von der Herstellung her, denn es basiert nicht auf einem fertigen Rotwein, sondern es beginnt tatsächlich mit dem gepressten Traubenmust, der dann abgekühlt wird auf 0 Grad, um anschließend wieder erwärmt zu werden und mit Hefe versetzt dann vor sich hin gärt. Dieser Vorgang kann abgebrochen werden mit einem Kälteschockverfahren, wenn man noch eine gewisse Restsüße behalten möchte. Lambrusco kommt aus Italien. Genauer gesagt kommt er meistens aus der Region Emilia-Romagna, kann aber auch aus anderen Regionen wie zum Beispiel Südtirol oder dem Piment kommen und es gibt auch noch weitere Regionen, wo Lambrusco hergestellt wird. Lambrusco passt im Grunde zu allen italienischen Gerichten, wie zum Beispiel Pasta oder Pizza, aber auch zu Aufschnitt, Käse oder Wurst im Sinne von Salami, Mortadella oder rohem Schinken. Aber im Grunde könnt ihr den dann trinken, wann immer ihr wollt. An etwas wärmeren Tagen kann man Lambrusco super als Erfrischung aus dem Kühlschrank trinken, bei ungefähr 8 bis 10 Grad. Aber es gibt auch trockenere Lambrusco Weine, die man dann eher bei Zimmertemperatur so 14 bis 16 Grad trinkt. Wenn man nichts falsch machen möchte, dann trinkt man den so etwas dazwischen, also nicht ganz aus dem Kühlschrank, aber auch nicht bei Zimmertemperatur. Beim Lambrusco habt ihr im Grunde die freie Auswahl oder fast die freie Auswahl, denn Lambrusco kann man aus vielen verschiedenen Gläsern trinken. Zum Beispiel eignen sich im Grunde eigentlich immer Rotweingläser dazu, aber auch die Weißweingläser, so wie wir das nachher auch machen werden, aber auch bauchige Champagnergläser. Das Ganze hängt davon ab, wie viel Kohlensäure tatsächlich in dem Lambrusco vorhanden ist, weil die Glasform natürlich die Kohlensäure entweder leichter entweichen lässt oder nicht. Also da habt ihr eine größere Auswahl. Jetzt kommen wir zu unserer Verkostung. Wir haben hier den Bocciolo Lambrusco von Medici-Ermete. Dieser kommt aus der Region Emilia-Romagna und hat die Rebsorte Lambrusco Casparosa. Vom Geschmack her soll dieser eher süß sein. Wie genau er schmeckt, werden wir gleich irgendwann noch herausfinden in diesem Video. Aber Lambrusco kann wie gesagt ja auch eher trocken sein, so wie der Assolo Rebsiano. Also generell ist es abhängig, nur haben die alle eine fruchtige Richtung vom Geschmack her. Dieser Lambrusco hat 7,5 Prozent Alkohol. Das ist eigentlich ziemlich wenig für einen Wein. Es ist im Grunde nur die Hälfte von einem normalen Wein oder von anderen Weinsorten. Daher ist der Zucker wahrscheinlich auch etwas prägnanter. Was hier zur Farbe jetzt direkt auf jeden Fall ins Auge springt, ist der schaumige Rand, der so ein leichtes Violett bis fast schon rosa hat. Ich finde auch, dass der Wein oder der Lambrusco auch irgendwie leicht pinklich aussieht. Wenn man sich das Glas ein bisschen anguckt, so irgendwas zwischen Pink und Violett generell hat. Also nicht nur der Schaum. Ja, und halt auch so ein bisschen die Perlen von der Kohlensäure sieht man hier auch an der Oberfläche so ein bisschen. Man kann auf jeden Fall auch nicht durchgucken. Das ist blickdicht. Am Rand ist für mich halt auch, wie du schon gesagt hast, so ein Richtung pink-rosa. Und im Kern dann doch ziemlich rubinenrot, würde ich sagen. Also ich finde, man riecht auf jeden Fall Traube heraus. Ja, das kann ich bestätigen. Für mich riecht es auch so leicht blumig, so nach Rosen in die Richtung. Ich finde aber, man riecht auch ganz leicht Hefe, so ein bisschen wie bei Bier. So Bier-mäßig. Das ist eine gute Idee. Also ich finde, er ist auf jeden Fall noch recht süß. Also es ist auf jeden Fall etwas für Leute, die süßeren Alkohol bevorzugen oder süßeren Wein. Und in dem Fall ist es auch nicht so, dass die Kohlensäure extrem prägnant ist. Ja, ich finde auch, dass er auf jeden Fall hält, was er verspricht. Er ist sehr fruchtig, berig im Geschmack. Ich finde auch, die Kohlensäure ist nicht zu dominant, sondern ergänzt es wirklich sehr gut. Also mir schmeckt er auf jeden Fall sehr gut. Ich finde auch, dass man auf jeden Fall die Traube stark herausschmecken kann. Also ich kann schon verstehen, warum der so beliebt ist, der Bocciolo. Also das war unsere Einschätzung zum Bocciolo aus unserem Sortiment. Und falls ihr den auch einmal probieren wollt, dann findet ihr ihn auch bei uns im Shop auf vinolisa.de. Und das ist wahrscheinlich irgendwo unten verlinkt. Schreibt uns dann noch in die Kommentare, wie ihr den dann fandet. Und falls ihr noch Ideen habt, was wir noch für weitere Videos machen könnt, könnt ihr das auch gerne uns schreiben. Wir trinken das jetzt erstmal der. Vielleicht auch die ganze Flasche. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.